Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe hier heute eine 2023-2024 Panini Prism Monopoly Blaster Box. Diese werde ich jetzt mal breaken. Ja, hier haben wir vier Karten per Pack, sechs Packs per Box. Ich hoffe hier auf eine Victor, wenn man Yama Silver Rookie oder Ultra-Rare irgendeinen Insert. Fangen wir mal an mit der ersten Karte, mit dem ersten Pack. Hier haben wir LeBron James, Jaren Fox, Bama Adebayo, Darius Garland. Schauen wir mal weiter. Rudi Gobert, Noah Clowney, Emmanuel Quigley, Dijonte Murray. Schauen wir mal weiter. Luca Doncic, Tyrese Halliburton, Oji Aninobi, Keontae George. Paul George, Scoot Henderson, Jimmy Butler, Evan Mobley. Kommen wir zum vorletzten Pack. Karl-Anthony Towns, Spencer Dinwiddie, Jalen Brunson, Joel Embiid. Kommen wir zum letzten Pack. Jordan Poole, Eamon Thompson, Pascal Ciakam und Jabari Smith. Ja, ich bin damit raus. Danke, bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren, abonnieren. Lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao. !